Hallo liebe Zuschauer, willkommen auf meinem Kanal. Von Tuba Büyüküstün bis zu ihrem Mann, ich liebe dich mehr als an dem Tag, an dem wir geheiratet haben. Die Schauspielerin Tuba Büyüküstün, die 2018 Engin Akurek heiratete, führte ihre glückliche Beziehung mit zwei Kindern fort. So feierte der berühmte Name seinen Hochzeitstag auf seinen Social Media Konten. Der Social Media Beitrag von Engin Akurek und Tuba Büyüküstün ging viral. Meine lieben Turteltauben, die die am Tag ihrer Hochzeit aufgenommenen Fotos auf ihren Social Media Konten geteilt haben, ich liebe euch heute mehr als an dem Tag, an dem wir geheiratet haben. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, sagte er. Tuba Büyüküstün beendete ihre Worte mit Alles Gute zum Jubiläum, große Liebe, ich werde Deutsch lernen. Die Töchter des Paares Tuba Büyüküstün Engin Akurek hingegen werden von den Fans neugierig beobachtet. Die Feier zum Hochzeitstag von Tuba Büyüküstün und Engin Akurek wurde in den sozialen Medien gewürdigt. Bleiben Sie auf unserem Kanal auf dem Laufenden, um die neuesten Beiträge von Tuba Büyüküstün Engin Akurek zu erhalten. Auf Wiedersehen, wir sehen uns in neuen Videos.